Bettina F. will den Sinn des Lebens entdecken. Nachdem sie ihr Kind verloren hat, will sie vom christlichen Glauben nichts mehr wissen. Stattdessen beschäftigt sie sich mit der Freimaurerei und tritt einer Loge bei. Doch dann begegnet sie Gott und entdeckt die dunkle Seite der sogenannten königlichen Kunst. Die Freimaurerin – unser Thema bei MenschGott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017